Toi, 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 Onyx-Fürst, na den kennen wir doch schon. Na, den Stack haben wir aber gut. Oh, weh. Mist. Ey, den können wir ja ganz schön oft hauen, ist ja krass. Na dann. Erledigt. Ich habe nicht gedacht, dass es so einfach zu besiegen ist. Aber gut. Warum nicht, ne? Wir haben das Großfeld, hier geht es raus, aber da hinten geht es noch runter. Da kamen wir her. Guck mal, sind wir bei einem Turm. Guck mal. Guck mal. Guck mal.